Es ist herrlich heute, oder? Nein, die wählen nicht. So aggressiv brauchen Sie nicht mit mir reden. Nein, im Moment, das mache ich nicht. Durch Corona ist es noch mal heftiger geworden, weil da sind welche irgendwie abgebogen. Und das belastet mich dann schon. Machst du viel Sport, oder? Ich hätte gerne drei Grad spielen. Spitzbibisch, freundlich, ernst, normal. Was wir hier tun, spannend, aufregend, aber auch ganz schön belastend. Ich sage nur noch mal am Apparat, ich helfe im Gesundheitsamt mit aus. Die Roten müssen wir ja wegmachen, ja? Wir laufen bei der Kanzlerin vorbei und schon hört es auf mit Regnen. So müsste es da hin. Wir machen uns die Entscheidung hier nicht leicht. Und wenn der ein oder andere meint, er müsste da mit der Freundschaft brechen, dann ist das so. Aber dann weiß ich auch, wie fest die Freundschaft war. Trauen Sie sich mit uns zu sprechen? Keine Angst, wir beißen nicht. Hey, aufpassen hier! Hey, er hat mich angehört, Bild! Das ist das Grundproblem der AfD. Wir haben viel zu viele Feiglinge drin, es ist leider so. Hallo, darf ich Ihnen was für die Wahl mitgeben? Nein? Mohammed Ali. Mohammed, wie der Boxer darf man sagen? Wie der Boxer, ja, 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 ja. Wir brauchen die Linke, wir brauchen aber keine Linksradikal. Ich komme viel, viel eher den Vorwurf, dass die Leute mir sagen, ich müsste noch viel mehr zuspitzen oder mehr draufhauen. Das ist ja eigentlich gar nicht so sehr meine Art. Auch in einer Pandemie muss die Verfassung gewahrt sein. Wir sind diejenigen, die die Bürgerrechte, die Menschenrechte, die Grundrechte, die uns in unserer Verfassung gibt, verteidigen. Unsere Generation, wir sind jetzt diejenigen, die das Land gestalten. Und dann kann man entweder gestaltet werden oder selbst in Anspruch haben, das Land selbst mitzugestalten.